Seit 2011 läuft Rafinha für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf. Nun steht ein baldiger Abschied bevor. Den 33-Jährigen zieht es zurück in seine brasilianische Heimat, ich habe mich mit den Verantwortlichen getroffen und wir stehen vor einer Einigung für Sommer. Es fehlen nur Details und ich hoffe, dass wir bald Vollzug melden können. Flamengo ist meine erste Option, bestätigte Rafinha gegenüber Sky. Schon vor knapp einer Woche berichtete der Sender von Verhandlungen zwischen dem Berater des Rechtsverteidigers mit dem Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro. Doch auch International Porto Alegre sowie dem FC Sao Paulo wird Interesse am Abwehrspieler nachgesagt. Dessen Vertrag läuft bei den Münchnern zum Saisonende aus. Aufgrund des angekündigten Umbruchs ist ein Bayern-Verbleib über den Sommer hinaus unwahrscheinlich. Allerdings absolvierte Rafinha unter Trainer Niko Kovac in der Hinrunde immerhin 15 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Punkt. In seiner Zeit in München gewann der Abwehrspieler unter anderem sechsmal die Meisterschaft in der Bundesliga, dreimal den DFB-Pokal sowie die einmal Champions League. Punkt. In seiner Zeit in München gewann der Abwehrspieler nachgesagt.